Ich schau gegen die Bahn. Ich hab die Greenscreen. Du bist dumm. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Uh, mehrmals. Während dieses LPs. Nee, weil ich will den jetzt mit weniger Lebensverlust. Latten machen. Busch. Latts Frankenstein. Ähm. Ah. Du bist trotzdem immer noch viel getroffen. Das ist interessant. Ah, genau. Liga-Man und seine Freunde roten, in Anführungszeichen. Anzug. Farbpalette Fail. Ah, jetzt kommt der Armato-Man, der Held. Wir könnten... Wir wissen nicht welche Waffe gegen ihn hilft. Probieren wir die mal aus. Unsere Waffen sucken ja mal gerade. Wir haben ja so wenig von allem. Ja. Saves tight. Okay, gut konsumieren. Oh, immer auf dieselben Mücke. Ich sehe auch keine andere Mücke, wie die Box-Fights hatten. Ich bin... Nein. Ich bin so ein richtiges Deja-Vu-Kind. Rerun meinst du? Rerun. Der laufende Rerun. Genau. Das war Maranda. Ich weiß nicht. Das war immer mal. Achso. Das war auch mal so eine Art Spitzname. Spitzname, wie die Logen. Das ist für den Arsch. Oh, jetzt war ich Badfax. Jetzt war ich Badfax. Glaube ich zumindest. Aber es ist mir sowieso egal. Wow. Da erscheint eine weitere Kanzlerin. Vielleicht sollten wir da reingehen. Bundeskanzler. Ja. Komm. Blitzschon. Spasti. Die epischen Effekte. Ich bin irgendwie nur begeistert. Spezialeffekte. Oh, Maske. Zurück-Teleportieren. Das wäre so geil gewesen. Zurück-Teleportiert. In irgendeinem Bargegang. Und... Tschüss. Ich hab mir schon gedacht, das heißt, ich muss nicht auf dir sitzen. Aber dass die einem auch nicht zum Aufladen gehen würde. Naja, aber... Diese Entwickler stinken doch alle aus dem Arsch wie so ein Zidane. Ich hab nichts gegen irgendwelche Arten von Volksgruppen. Überhaupt... Überhaupt... Überhaupt keine Rassistenwitze. Witze. Wollen. Wollen. So unglaublich lustig. Und... Diese scheiß... Die Helmi. Da. Oh. Knackle. 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 Ich will nicht brauchen, diese scheiß Helmi bei mir hinzubringen. Aha. Aber für die End-Boss-Boss. Äh. Die. Nein. Nicht begeistert sei. Ich hab nichts gesagt. Du hast keinen Sales-Set gemacht. Ich hab's nicht gebracht. Aber es bringt auch eigentlich nichts. Weiß auf Eddie. Scheiß auf Eddie. Eddie war auch... Immerhin war Eddie nochmal da. Warte mal, ist das der End-Boss. Ach der, die Brücke. Ach der, das war der. Ja. Ich... Ich verballer jetzt den Rest aller Raffen auf denen. So. Und durch den muss ich immer ganz, ganz schnell durchslagen. Da schießt du Pokebälle. Pokebälle. Guck. Boah, sie bin. Weil Megaman das auch voll überleben kann, wenn so eine fette Walz auf dem Land ist, ne? Ja, weil One-Hit-Death-Spikes und so, ne? Das machen so. One-Hit-Death-Spikes sind mehrere Pixelbreite und somit nicht spitz. So, ich weiß der, der unten auch dran hat, aber auch nicht spitz. Eben. Also, doch Turken. DIE Waffe gegen das Ding. DIE Waffe, kann ich ja bloß sagen. Der ist fast Jumps. Ich verhöhne ihn, indem ich fast die Jumps gegen ihn einsetze. Gegen. Vor allem, das ist ja so ein. Ne? Der ist ja so böse. Die Gefängnis des Unkühles. Ich glaub, dass die helfen nicht gegen den... Das ist eine andere Waffe. Ne egal. Was juckt es? Was juckt es die Eiche, wenn die Sau an ihr kopuliert, ne? Ja, die Jumps war nicht mehr, ne? Wie wurde die anderen gekratzt, ne? Ich hab mal die Kratzer-Arche gesehen. Ach! Heißbaut! Ach! Ach! Mein Name ist Hase und ich lebe in Duat 3. Ähm, ich hab... Wahrscheinlich verorten wir dann diese komischen... Bringts! Toll! Aber wie? Warte mal, wir sind wieder Attektiv. Verdammt! 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 Alter! Das ist ja schon gewann. Kann sein. Wie ein Knopfesalat. Ich mach irgendwie immer dieselben Reden. Es geht hier um Perfektionismus. Ja, er bleibt hier jetzt mal wieder bringen in die Attachkämpfe. Der hat ja so eine... eine kranke Reichweite. Ich weiß. Das ist schon fast nicht mehr feierlich. Komm, Wily, zeig dir. Was der eigentlich... Wily baut die ganzen behinderte Japano-Maschinen. Die Japano-Maschinen. Das sind die Japano-Maschinen. In Wirklichkeit heißt er bestimmt nicht Dr. Wily, sondern Dr. Muschisato oder so. Muschisato. Er heißt wahrscheinlich Ass-Violator. Oh. Japan. Ich hab's englisch gesehen. Ich hab sogar noch gebraucht. Ach, ja. Heute Abend sitzt wahrscheinlich Dr. Wily bei einem feierlichen Arschlussensalat und, ähm, ich will dann gehen. Auf Kosten des Hauses. Auf Kosten des Hauses. Auf Kosten des Hauses waren. Sag mal... Dieser Boss so lange recken. Ja, du schaffst sie ihn auch nicht. Um's verrecken nicht. Ah, das nervt mich der. Wie die ganze Zehn. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Wenn man so zu hört, könnte man eigentlich meinen, dass wir eigentlich dazu gezwungen werden, LPs zu machen. Immer wieder. Alter, ich kann's nicht mehr sehen. Mach's schnell fertig. Das ist auch so ne unglaublich sinnvolle Waffe. Jetzt mach die Tomahawks. Lass dich halt noch dreimal treffen. Ist auch nicht irgendwie ein Vollidiot oder so. Nö. Vor allem, man. Sie heißen doch Silber Tomahawks. Und sie sind braun. Ja und? Da haben sie sich mal wieder in der Farbpalette geirrt. Warte mal. Wie ist jetzt Silber? Äh. Ja. Silber sieht so aus wie Bronze. Ja, macht Sinn. Wie übersetzen wir das nochmal ins Nicht-Japanisch? Ach, ist doch uns doch wurscht. Nee. Wieso? War das B denn hingeschossen? Ich war das nicht mal. Schau mal. Okay, jetzt geht's. Ja, ja. Scheiß Portal-Effekt. Jetzt geht's halt einfach. Äh. Silber Tee. Mit dem? Hm. Was trinke ich jetzt? Silber Tee. Warte. Jetzt mach ich ihn mit der unglaublichsten Waffe fertig. Nein! Nicht! Warte damit! Damit pawn ich ihn jetzt. Hm. Er ist so begeistert. Ich hab ihn gepaunt damit! Hahaha. Hey, da ist Dr. Dr. Penis drin. Alles. Dr. Mufisato. Bis an seinem Steuerpult. Und du bist ja spürt. Destroy. Jetzt laden. Lad zum verdammten Ethan. Momentan, da sind voll geleistet. Wir haben ja so ordentlich viel Waffen gemacht. Das ist schon eine Wucht. Wucht ist das, ja. Könntest du jetzt einfach mal bitte einen Dingsladen, einen E-Pang zu... Na, ich muss mich jetzt Epilepsie einfach verpassen, kürzer. Muhahaha. 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 Muhahaha, deine Liebe. Schon schlecht. Ich mag ähm... Ich mag Katzen. Die sind lecker. Wie war das denn? Alp. Alp. Die Außerirdische Lebensfolge. Die Katzen. Alp. Die Außerirdische Leber. So was. Nein, nein, nein. Nicht ernsthaft jetzt. Ach Gott. Ach Gott. Okay. Alp ist keine Leberwürf. Aber Alp ist keine Leberwürf. Er ist vielleicht keine, aber... Aber sein tut er einfach. Achso. Verstanden. Ich hab's eigentlich genau andersrum gemeint. Also du meinst damit, Alp sei eine Leberwürf. Doch er ist eine Leberwürf. Ist er sie jetzt, oder ist er eine? Das ist ich doch nicht. Ah. Sprachbarriere. Ich hatte es mit Ausländer. Ein. Nein. So vorsichtig, Adolf. Weeheheh. Aaah. Und du. Haha, ich hab viel Leben und du nicht. Du nicht. hockeh, du nicht. Professor Wiley hat kein Leben. Deswegen baut er den ganzen Tag Maschinen. Die Spiel wahrscheinlich auch gehen zum World of Warp. Alter. Manche mich halt dann tot. Fette Sau. Letztlich treten ich mit dem Hashtag, mit dem Hashtag Ich hab doch mit 7 E-Tanks, weißt du Natürlich, mit 7 E-Tanks, was sonst? Gerade mit 7 E-Tanks! Boah ey! Dann bist du jetzt mal mit dem E-Tanks lang Genau Mit dem E-Kunten, der wird bis 0 sein Nee, er kann mich noch zweimal treffen, dann lade ich die E-Tanks auf Oh, jetzt liegt der aber dann Äh, warte mal, wie können sie ohne E-Tanks? Äh, Fail Nein, das kommt dann mit einem komischen Rauch Ach, nochmal Ey, das ist ein Arscher Was machst du denn? Oh, heul doch Heul doch Heul doch Oh, ey, dieses Dieses Kind Dieser, dieser Whyy Dr. Will Wie hier drin sitzt Wie so'n Arsch Wie so'n, wie so'n Gurke Gurke Gurken Gurken haben keinen Namen Sondern nur FC Ach Ähm Du bist schlecht Der Mega-Buster hilft so'n gar nichts Eben, der Chaos Eines Was kann ich denn noch für eine Waffe benutzen, bitte? Weil wir ja noch so viel haben, ne? Haben, also Haben Haben Hat der irgendwie ein Muster nach dem er auftaucht? Ne Ja Ja, auf dessen Wollen wir ein Muster machen? Eigentlich Gehen wir lieber wieder zu KFC Ja Der alte, gute alte Japaner beim KFC Joke Da macht überhaupt keinen Sinn eigentlich Weil, wann gehen die Japaner schmeißen KFC Auch keinen Sinn Moshimoto fragt Chicken Moshimoto fragt Chicken Moshimoto fragt Chicken Macht auch Sinn Alter Das hat fast wieder in ihn reingefiel Irgend Das hat sich bei Unterlassungen recht viel Spass geschossen Ey, Spießspaß Spießspaß JETZT Ich habe ihn kein einziges Mal getroffen und er hat ihn zehnmal getroffen Und er hat ihn zehnmal getroffen Na, was sind das eigentlich für Für Wurstkugeln Du hast kein Leben mehr Weißt du Aha, ich hab selbst die Erzählte hinbekommen Ich brauch mir dein Handy Raumschiff Handy V.a. dass er nicht campen kann, wenn er nicht in seinen Raumschiff drin hofft Pussy Pussy Aha Jaja, dafür war wirklich die alte Belegungsmuster Fail Ja, vor allem, sie haben dann dreimal an der selben Stelle auftaucht Moshimot Moshimot Moshimot